Sie sind hier, 14. August 2018, 22.24 Uhr, von Franziska Wendler, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern verkleinern 2005 sicherte sich Fernando Alonso seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 Urheberrecht Get the Images nach der Saison tritt Fernando Alonso aus der Formel 1 zurück Neben der Königsklasse mischt er auch in anderen Serien mit Sport 1 zeigt seine Karriere in Bildern Es ist das Ende einer großen Karriere Nach Ablauf der aktuellen Saison tritt Fernando Alonso nach 17 Jahren aus der Formel 1 zurück In mehr als 300 Rennen mischt er mit und krönt sich zweimal zum Weltmeister Anzeige, auf der Suche nach Formel 1 Fanartikeln, hier geht es zum Shop Neben der Königsklasse ist der Spanier aber auch in anderen Serien aktiv Sport 1 zeigt seine Karriere in Bildern Von Franziska Wendler folgen Ed Wendel Aaron Franziska Wendler, Jahrgang 1991 studierte an der Hochschule Ansbach-Ressort-Journalismus mit Schwerpunkt Sport Ihr praktisches Esst mehr